Upavishta-Titibhasana ist das sitzende Glühwürmchen oder auch die sitzende Feuerfliege. Upavishta-Titibhasana wird auch genannt Urdhva-Upavishta-Konasana und wird manchmal auch genannt Kurma-Munyasana. Upavishta-Titibhasana entwickelt die Flexibilität der Beine und auch Körperbeherrschung. Upavishta-Titibhasana richte dich aus nach oben. Du bist gut verwurzelt, Gesäß und Hände auf dem Boden und du empfängst göttlichen Segen über die Fußsohlen und den Scheitel.